Hey Leute und wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mark of the Ninja. Ja, als erstes will ich mal sagen, ich konnte wieder nicht widerstehen, hier so in den Leveln ein bisschen zu zocken. Ihr seht da unten, das ist größtenteils alles abgeschlossen. Und ich gebe zu, ich habe wieder eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Ich konnte nicht widerstehen, es war einfach zu... zu verlockend. Hier. Wartet, das habe ich diesmal freigeschaltet. Könnt ruhig kurz stoppen, euch das alles durchlesen. Das erhole ich mir als nächstes. Schloss knacken will ich mir erst ein bisschen später holen. Ich überlege gerade, bietet zusätzlichen Schutz ohne die Beweglichkeit... Ach komm, das tun wir uns jetzt mal an. Und hier, was ist das? Okay, können wir uns nicht leisten. Fertig, ja. Stil haben wir bisher nur den. Ablenkung und da haben wir noch nichts. Oh, Bruchellum. Would you care for a sip of this Riesling spatchlies? It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor, just to see how it would taste. So, how is it? Schloss. Hm, ein bisschen schrecklich. Meine Männer in dem Feld waren wunderschön für diesen Körperarmor. Halte von ihnen wurden in Rippen gebrochen. Ah, so? Das war mehr schrecklich als ich dachte. Wir haben ein Problem. Diese Ninjas? Diese Bezins? Sie sind kein Spiel für uns? Vielleicht so. Aber sie schreien ein Pudge. Dieser mit den Flaschen-Tattoos. Er schreit über unsere Linie. Kein Drama. Er ist nur ein Mensch. Und wenn sie nur eine Bündnis brauchen. Ich will, Sie sich um sie zu beschäftigen. Erstmal. Ja, Sir. Gut, dann kann ich ihn ja eigentlich töten. Oh, so viele Menschen zum Töten! Das ist die Tower. Aber sie ist unter heavy-Guard. Ich habe eine Idee. Wenn wir das Gebäude auf Feuer setzen können, dann wird die Blase alle Garde in den Kontext. Alter, sind das viele! Sie erinnern Sie die Geschichte des Sawayama-Kastels, nicht wahr? Das war vielleicht hundert Jahre vor. Aber das ist wirklich nicht so anders. Schau! Schau! Eine weitere Ausrüstung. Nein, wartet, 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 wartet. Ja, okay, noch mehr Ausrüstung. Kurzer Schnitt. So, wieder da. Für die, die es bemerkt haben. Ich wurde wieder an Skype angeschrieben. Habe mich jetzt erstmal auf beschäftigt gestellt. Meine Fresse, Leute. Könnt ihr mich nicht zu anderen Zeiten anschreiben? Was haben wir denn hier? Stachelmine. Lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht zu nah an Feinde heran, sonst hören sie den Aufprall. Okay. Haben wir jetzt endlich... Ah, wir haben jetzt den dritten Slot. So, dann wollen wir doch mal gucken, was dieses schöne Team bringt. Das war keine gute Idee. Egal. Jetzt zeige ich euch mal eine der schönen Fähigkeiten, die ich freigeschaltet habe. Einfach Leute von unten am Meucheln. Die Leichen sind dann auch direkt versteckt. Wurde jetzt zwar endlich angezeigt, aber sonst immer. Meine Fresse. Was muss ich denn hier alles erledigen? Schockiere eine Wache, indem du eine andere mit einer Stachelmine tötest. Öffne sämtliche Gasventile. Töte zwei Wachen mit nur einem Kronleuchter. Also gibt's wieder Kronleuchter. Okay, hier runter, runter, runter. So. Okay, das Lichter kann ich nicht ausmachen. So. Ah, du hast was gehört, was da ging. Geh da hin, bitte. Mach ein bisschen schneller. Scheiße, schon mit der Timer vergessen. Ein anruf. Oh Gott. Äh, ja. Wartet mal kurz. Meine Fresse. Immer vergesse ich mich diesen dreckigen Timer zu stellen. Wie lang war das bis jetzt? Ich stelle jetzt einfach mal noch auf... Was? 13 Minuten. Komm. Das schaffen wir. Schauen wir mal ein bisschen früher auf. So. Damit hätten wir unser erstes Opfer, zweites Opfer getötet. So. Meiner. Weiter lauf. Leise. Da drin ist nichts außer das Ding. Ratten. Nein, Ratten. Scheiße. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Auf meine... Pfeile, in Anführungszeichen. Reagieren sie nicht. So. Hier ist keine Lauf. Weiter, weiter, weiter. Leise. 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 Nein, Ratten. Nein, Ratten. Nein, Menschen. Oh Gott. Diese alten Gebäude haben meistens eine Gas-Mine in dem Basement. Start eine Leak und wir können das Gas zum Rest des Gebäudes spüren. Alter, ihr sollt hierher kommen. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Guck mal. Hier. Herr, ihr kleine Followerste. Ich glaub, das war keine so gute Idee. Jetzt wissen sie wenigstens, dass ich hier bin. So. Und zack. Und ne, jetzt war natürlich keine Sau da. Hickt euch doch einfach. Tja, was war das nur, ne? Hättest du einmal besser aufgepasst. Und das war Nils. Ja. Ich will gar nicht wissen, was gerade passiert ist. Ich frag ihn gleich. Naja, jetzt habt ihr auch mal seine wunderschöne Stimme wieder gehört. Oh mein Gott, das ist so ein Spass mit einem Schild und einer Leuchtkanone. Ich weiß, hab ich toll bemerkt. Nein, äh, umgucken. Ich muss mich aber immer noch um die dumme Stachel mienen oder so. Das war krann. Okay. Hört sich ja netter an. Position 13. Any contact? So. Seien hier und ruhig hier. 13, are you there? Ich weiß niemand. Oh, bloody hell. Are you fucking kidding me? Why is there nobody? Aber mir ist langweilig. Meine Gute. Sie hieß eben noch, hier ist es streng bewacht und jetzt ist hier keine Sau. Ja, ich habe es lieber, wenn hier 10.000 Typen rumrennen, die versuchen wollen mich zu töten. Falls ihr was dagegen habt. Oh, 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 oh. Wir haben Pipen, Vents. Feuer. Wir können diese nutzen, um ein Feuer zu beginnen. Ein großes Feuer. Was ist das? Nein. Wer schießt ihn? Ich schießt ihn. Okay, es war eigentlich ja ganz intelligent, aber meine Fresse. Man kann auch übertreiben mit der Sicherheit. Es ist nichts hier. Ja, ist niemand hier. Es ist klar hier. Ich weiß. Und jetzt geht. Meine Güte. Immer diese Morde, die 10 Tage dauern müssen. So. Meine Leiche, die kriegst du nicht. Loll. Was war das denn? Ist jetzt Alarm ausgelöst oder nicht? Was habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen? Wie stand das da jetzt? Egal, werfen wir einfach mal. Die Typen hier machen das Licht aus, voll auf epische Art und Weise. Das da auf. Hey, ich habe so gut getroffen. Und das da. So. That intake is drawing in the gaps. Open view the vents upstairs and will be ready to turn this place into an inferno. Okay. Ich habe nur in inferno verstanden, um ehrlich zu sein. Oh, guck mal, da geht sogar weiter. Oder wieder zurück, ich weiß es gerade nicht genau. Egal, ich gehe erstmal hoch. Man kann sich ja nie genug umgucken. Ah, das ist ein Tür. Seht ihr? Seht ihr? Einmal wirst du das gemacht. Jetzt müssen wir es durch das Gebäude spüren. Geh find die Vents, die aus dem Basement liegen und öffn sie auf der Leite. Was war das? Drei sollten es tun. Aber öffnen mehr wird eine größere Distraktion. Was ist mit dem Licht los? Gute Frage. Ich wüsste es auch gerne. Es ist schlimm damit, ne? Immer wieder das Gleiche. Hallo? Oh, das war jetzt der Lichtschalter. Das muss mir auch jemand sagen. So. Komm her. Ja, komm her. Ja, komm. Brav, so. Ach ja, das war die andere Fähigkeit, die ich als List gekauft habe. Nur so zur Info. Was? Nein, nein. Was? Zwei Alarme? Willst du mich verarschen? 1600 Punkte weg. Hecken mich doch am Arsch. Oh, mir sind doch alle fest. Oh, nee. Sind die hier noch rüber? All oder was? Na, was habe ich auch erwartet. Meine Güte. Ich bin sicher, dass nichts hier ist. Ja, ich bin sicher, dass nichts hier ist. Wenn du weißt, was ich meine. Was ist da los? Was ist da los? Oh, da ist ein Hund. Nee, Hunde sind nie gut. Oh, guck mal. Kronleuchter. So much of epicness. Bam. Das war jetzt nicht ganz so intelligent. Oh, doch. Der Typ hat sich erschrocken. Er hat genau das gebracht, was ich wollte. Zack. Seinen Tod. Das Gute ist, Hunde lösen keinen Alarm aus. Sie können nur andere holen, um den Alarm auszulösen zu lassen. Tja, und da war das Fündchen tot. Äh, bewusstlos. Meine Güte. Viel zu viele Tote in diesem Spiel. Ich glaube, ich musste mit dem Kronleuchter zwei Leute töten. Egal. Vielleicht finden wir ja noch mehr. So, und weiter unauffällig umgucken. Hey, was ist das denn eine Heizung? Ah, die Gasleitungen. Good work. One down, two to go. So. Und ob ich es schaffe oder nicht, verriechst du uns gleich das Licht. Ich glaube, das sollte so viel bedeuten wie, lenke mich am Arsch. Oder riechst du Gas? Tja, ihr dürft euch wie immer aussuchen. Nein, ihr dürft euch eigentlich nicht aussuchen. Aber wen interessiert das bitte schön. So. Immer schön unauffällig bleiben. Ähm. Jetzt geht das doch mal durch, meine Güte. So, irgendjemand hier. Nix hier, nix hier da. Nix. Wunderbar. So. Mal so ein bisschen umgucken. Flissern schon alte Fakten. Und hier ist nix mehr. Alter, hier lang. Meine Fresse. Warum ist ein Level so großartig? Ich find's aber auch gut. So. Wo sind denn unsere lieben Freunde jetzt schon wieder hin? Lasst euch doch noch mal ein bisschen umarmen. Oh, guck mal. Böses Krabum. Laser. Rot. Scheiße. Ganz langsam. Immer schön unauffällig bleiben. Scheiße. Wie soll ich das bitte schön machen, ohne zu sterben? Hm? Kann mir das einer verraten? Ah, okay, ich hab's. Oh, ich bin gut. Und in der kurzen Zeit, da soll ich das jetzt schaffen, da durchzukommen. Okay. Jetzt. Ah, find eine Rolle. Ich hab' keine Ahnung, was ich jetzt ausgeschaltet hab. Egal, hier ist noch ne Tür. Und hinter dieser Tür sind zwei Laser und ein Stromkasten. Dieser Stromkasten ist natürlich mit. Oh, Vater. Ha, ich lebe noch. So, hier noch ein bisschen rumfummeln. Ja. Das willst du doch, ne? Okay. Zwei von drei sind gefunden. Du musst noch ein bisschen öffnen. Hör, bevor sie herausfinden, was wir da sind. Nein, da war es schon. Da war es langweilig. Wie hoch geht das, bitte schön? Das ist doch mal ein richtig geiles Gebäude. Ich will auch in unserem Haus wohnen. Hallo? Nein, da ist ein Mensch. Hä? Wo ist der Mensch hin? Ach, der ist hoch. So, mal gucken. Kann ich mir wieder was holen? Ja. Okay, ich hol mir noch was. Ähm, nein, doch nicht. Oder? Das Licht da? Nein. So. Zwei Sachen brauche ich noch und dann ist alles in Ordnung. Fertig. Ja. Weiter, 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 weiter. Oh, leck mich. Weiter, weiter, weiter. Ja. So. Ich guck mal, finde ich hier noch einen Menschen? Ja, finde ich. Gut, dann ist dieser Mensch noch tot und dann habe ich diese Folge zu Ende. Juhu, Lex. So. Zack. Okay, da drüben ist noch einer. Den muss ich noch. Der muss einfach noch sein. Der hat gerade aufgehört zu rauchen. Also wirklich. Das wieder der Beweis. Rauchen ist ein Todesurteil. So. Toll, der ist irgendwo gelandet. Genau das wollte ich jetzt nicht. Ach ne, ich wollte noch... Äh... Das mache ich noch. Den mache ich noch. Den mache ich noch. So. So, Leute, aber diesmal wirklich. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Hier, genau an dieser Stelle sehen wir uns. Genau an dieser Stelle sehen wir uns. Gleich wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich freue mich drauf. Tschüss.